Zehn Dinge, die Sie nicht tun sollten, wenn Sie Freunde zum Essen eingeladen haben. Ja, Küche ist da drüben. 20 Uhr Vorspeise, 20 Uhr 5 Hauptspeise, 20 Uhr 10 Dessert, 20 Uhr 15 Verabschiedung. Guten Appetit. Ah, entschuldigt. Mir ist da so ein kleines Missgeschick passiert. Jetzt kiffen wir erstmal eine Runde und dann schmeckt die Scheiße schon irgendwie. Ja, dann greift mal zu. Und dass mir ja nichts übrig bleibt. Und nach dem Essen spielen wir Abspülen. Na, schmeckt's? Ob es euch schmeckt? Das ist mein Käse. Jetzt kotzen wir ein bisschen und dann fressen wir weiter. Ja. Bis zum nächsten Mal.